Stimme ausgeteilt, ein bisschen nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit hatten wir ein internes Meeting. Hier hinter uns sind wir beide mit unserem Freund Holger Zapper. Und Holger hat nämlich uns eine kleine Liste zugesteckt an Titeln, die er sich wünscht, die wir unbedingt heute noch spielen sollen. Von des Wurst. Ja genau, ja, aber den machen wir ganz zum Schluss zum Finale. Jetzt spielen wir erstmal einen schönen Rock'n'Roll Song für euch. Bereits jetzt schon gefühlt auf Platz 1 bei Radio Brocken. Wir gehen wahrscheinlich Montag in die Rotation. Das heißt, normale Rotation muss ich euch erklären beim Radio, ist das so. Rotation heißt, die ganz großen Nummern, die kommen immer in regelmäßigen Abständen. Das heißt, sagen wir mal so, alle zwei Stunden. Das reicht uns aber nicht. Wir streben eine 5-Minuten-Rotation an. Das heißt, egal was der Sender sendet, unser Song läuft immer drunter mit. Und nur so erreichen wir das, dass er sich so einbrennt, dass wenn wir dann nächstes Jahr vielleicht mit viel Glück durch die Baustellen nochmal hier auf den Platz finden, ihr alle die Hook, die Hook, die Hook, die Hook. Wisst ihr, was das ist? Hook ist Englisch. Hook ist Englisch und Hook. Die Hook ist das Wichtigste an einem Song, die Hook. Das ist der kleine Part, den sich jeder sofort merkt. Also große Hits haben eine Hook. Also nicht so erfolgreiche Titel haben keine Hook. Aber richtige Hits haben eine Hook. Das heißt, du hörst du einmal... Wie kann man sonst überschreiten über Hook? Einmal hörst du den Song und sofort hast du die Hook im Kopf. Hookgepack ist dann das, wenn du eine CD nur mit Top-Hits hast und die nimmst du mit, dann ist das Hookgepack, das ist dann so eine Art Compilation. Compilation. Und wir haben was ganz Neues entwickelt. Ihr seid ja unsere Konsumenten, die Consumer. Und wir haben jetzt was Neues entwickelt als Band extra für euch hier in Halle. Und zwar ein angewandtes Rahmenprogramm zum Support von Consumer Happiness. Kurz Arsch. Und das alles haben wir auf unserem Album verewigt. Und jetzt kommt der Song, den sich Räuber so gewünscht hat. Er hat uns extra 100 Euro zugesteckt. Die haben wir natürlich nicht angenommen. Das war viel zu wenig. Ich muss es nachher nochmal nachlegen. Aber wir spielen den Song trotzdem. Ab Montag in der Rotation bei Radio Brocken. Bye, bye, baby! Bye, baby! Bye, baby! Ich steige in den Bus ein und du steigst auf. Ich komm zu Hause an und du gehst aus dem Haus. Zu zweit im Kilo, noch nicht ins Ente. Wir hängen einander, wir stehen so aufeinander. Doch gehen wir auseinander. Bye, bye, baby! Bye! Baby, bye, bye, mal Egeleid. Es ist nachher Zeit zu dir. Ach, wenn wir uns verstehen, und schon bei, bei, bye, baby! Bye, 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 bye! Oh, bin ich mit dir allein zu? Oh, bist du mit Freunden auch? Oh, wenn es romantisch magle. weißt du die Katzenkanz und wenn wir tanzen die World dann nimmst er ein Teil wir einander einander wir leben so weit aneinander doch können wir äußern bye bye baby bye oh baby bye bye my my deep goodbye es ist nur mehr Zeit zu weh auf und hey uns gut versteht sein bye bye baby bye 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 baby bye 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 baby bye bye my my deep goodbye es ist nur mehr Zeit zu weh auf und hey uns gut versteht sein bye bye baby bye bye sind wir zwei Kometen ohne roten Plan du und einer und ich in einer Umlaufbahn wir leben einander vorbei und nacheinander wir leben einander wir leben einander Bye-bye, Baby. Wir freuen uns. Übrigens, für diejenigen, wir sind auch ein pädagogisches, wertvolles Programm. Wer wissen möchte, wer das Prinzip mit der Hook erfunden hat, das war natürlich wer, na? Captain Hook. Ganz richtig. Das könnt ihr euch auch aufschreiben, wenn ihr mal irgendwo in einer Quiz-Sendung seid. Quiz ist auch ein wichtiges Stichwort. Wir spielen nachher noch eine schöne Runde. Die Antwort ist Wurst.